Stranger, wer bist du? Nur ein Freund mit vielen Waren für Verhandlungen. Wir werden das Geschäft machen. Sandpapier. Das Ding ist sehr viel besser als das da. Was wir im Augenblick haben. Der ein paar Goldstücke wert ist. Plus Verteidigung, plus Glück. Schlüssel. 3000 Gold. Alles klar. Hier gibt es Materialien. Okay. Ja gut, alles klar. Aber irgendwie hat der nichts dabei, was ich haben will von ihm. Das da wäre? Was hast du für mich? Ich kann dir auch Materialien offeren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, welche Materialien diese Lande deutendet. Ich bin... nicht von hierher. Wie ich bin sicher, dass du jetzt schon gewusst hast. Als du mir einen neuen Material-Type verkauft hast, werde ich mich mit meinem Geschäft wiederholen können. Als für deine Rewarden, werde ich dir einen Bonus für das erste neue Material, das du mir verkauft hast. Hm. 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 Okay. So. Ein neues Unternehmen. Bla bla. So. Jawohl. Ich bin hier zu sein. Jetzt habe ich rausgefunden, wie es geht. So. In den Verkaufsmodus wechseln. Hm. Hm. So. Neue Materialien. Das können wir ihm einmal verkaufen. Katalogisiert. Farbstoff. Katalogisiert. Ja. Dann geben wir ihm einfach einmal alles, was wir haben. Dann kann er uns nämlich auch das Zeug machen. Behaupte ich jetzt mal. Schrott. Völlig nutzlos. Schnell verkaufen. Okay. Koboldhaut. So. Was ist das? So. Ja. Komm. Wir machen einfach einmal alles. So. Zack. Dann haben wir das alles drin. In den Kaufmodus wechseln. In den Kaufmodus wechseln. Jetzt hat er alles einmal drin, was ich habe. in den Kaufmodus wechseln. Ja. 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 So. So. Okay. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Okay. So. Was ich jetzt schauen wollte. Materialien. Ne. Moment. Inventar. Wo sind die Rezepte? Ja. Angeblich hat er mir ja ein Rezept gegeben. Ne. Hm. Er hat mich nur verarscht. Ah. Hier. Bauplan. Ah. Jetzt ist er da. Puh. Was für irgendwelche Donnersteine. Okay. Aber ich weiß trotzdem nicht was. Ah. Jetzt geht es hier weiter. Jetzt geht es hier weiter. Okay. 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 Oh. Mino. Komm her. Bam. Alles klar. Das ist ja. Eine Scheißarbeit. Um diese Chicken Wings zu holen. Und wenn er eine andere Bomme braucht. Ja. So. 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 Und dann die Tür zersprengt. Ist auch nochmal Schlüssel. Sehr schön. Wir sammeln ein paar Schlüssel. Und damit kommen wir weiter. Hoffentlich doch mal. So. Einmal kurz zwischenspeichern. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So. Hehehe. Kann man auch so einen Kampf benutzen. Yay. Dachte ich mir aber schon fast. Bam. So. Ich brauch dich bestimmt. Komm mal mit. So. Ah ja. Die hat einen Timer. Dann bräuch ich die vielleicht auch nicht. Vielleicht doch. Mist. Oah ja. Oh. Das Ding haut rein. Das ist der Hammer. So. Du bist auch einmal weg. Huh. Okay. Da messen wir hoch. Aber da brauchen wir. Einmal das Ding. Ich find's schön. wie es immer windig windig wird wenn ich auch den staubsturm benutze okay geschafft okay einmal was ist das das ist ein freund ist bestimmt gefangener freund ich glaube nicht okay einmal weg da komme ich nicht unten durch sehr schön na toll jetzt finden wir schon irgendwas was eingeschlossen ist und haben nicht genug schlüssel dafür naja wir finden schon noch welche ich bin da zuversichtlich so einmal alles zerschroten ich bin zu stark für euch anfänger tja ich hab das gefühl ok da oben ist nichts bestimmt gleiches klettern ja Oh, okay, I got it! Wait, no! Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just can't get a good enough drip. Aw, you're just trying to show off. That's sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Crystal. Damn it. ich hasse blobs so hier geht es nach rechts weiter läden aufgefüllt das bambi bambi die geht es auf ich schild viel abstand Oh mein Gott, parieren. Und plong. Das habe ich doch schon gemacht. Interessant. Okay. Ja, das war einfach. So, das hätten wir erledigt. Und das war der mächtige Gegner. Das war voll gruselig. Hey. Hallo, hast du was zu essen? Ein bisschen zufrieden, Fidget. Nichts worry, ich werde dich später befehlern. Hey, ich bin kein Pett. Aber, äh, ich würde das sehr interessieren. Hallo, sind sie mir freundlich gesinnt? Oh, hallo. Du hast mich da überrascht. Du hast nicht so viele Reiselehrer so weit aus der Stadt. Sorry about that. Es ist toll, dass ich endlich ein freundliches Gesicht treffen habe. Ja, natürlich wie immer. Oh mein Gott, dann sollten wir hingehen. Warum hören wir das nicht? Ja, bitte, hurry. Sei vorsichtig. Das liegt bestimmt daran, dass wir so einen Hut aufhaben. Der so unglaublich unpraktisch ist. Ich habe das Gefühl, gleich kommt unser S-Dark-Boss-Kampf. Aber, den sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschau, Leute.